Musik Hallo und herzlich willkommen bei Legendary Games. Heute mit der Mission Die Dunkelheit, Protoss Nummer 6. Ich bin natürlich gespannt, wie es ausgeht, beziehungsweise wie es weitergeht und ihr dürft mir da gerne folgen, genauso wie bei den anderen 20 Missionen, die mir bei Terranen und Zerg schon hinter mir liegen, also jeweils 10. Exekutor, ich spüre, dass Teratul und seine Brüder ganz in unserer Nähe sind. Kontakt konnte ich jedoch noch nicht herstellen. Ich fürchte, dass sie sich in großer Gefahr befinden. Wir müssen dieses Gebiet sofort untersuchen und den dunklen Templer finden, sonst werden sie alle von den Zerg überrannt. So, wir helfen Tassadar dabei, die dunklen Templer zu finden. Das ist gegen den Draht von den Hauptchefs. Aber was will man machen? Ja, Exekutor, so soll es sein. Für Atom. Welcher Schick kann nicht behilflich sein? Da vorne sieht es nach eingegrabenen Zerg aus. Wie kann ich behilflich sein? So soll es sein. Ja, du. Welcher Schick kann nicht behilflich sein? Ich höre. So, das kann er nicht so oft machen. Ah ja. Wie gehe ich? Wie wäre Leid? Ich höre. Aha. Geht ja schon gut weiter. Ja, da oben ist so ein... Ich sehe schon, wer da ist. So ein Sprengstoff-Experte. Ah, nein, weg! So, du musst teilen. Sehr schön, dass der Typ gekommen ist. Wir machen jetzt mal eine Halluzination von so jemandem. Ich höre. Welche Schlacht ruft? Euer Wunsch ist mein Befest. Ich höre. Würge mich die Erde leiten. Last. Ja, Exekutor. Welche Schlacht ruft? Ich zähne den Kampf vorbei. Wie kann ich behilflich sein? Welche Schlacht ruft? Oh. 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 Ah. Ahahah. 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 das ist so eine scheiße jetzt reicht's weg mit euch schlagen ich glaube ich fange nochmal neu an ich höre so soll es sein ja exekutor ja exekutor wie kann ich bin nein wie kann ich mit dem fließe dabei natürlich so soll es sein natürlich Hier oben mein Langlaufen. Die brauchen auf alle Fälle ihre Schilden nicht zurück. Hier ist erstmal Ruhe. Ja, das ist schlecht. Wir müssen weg. Man kann auch Helden drauf gehen lassen für nix. Das ist natürlich immer möglich. Also ernsthaft jetzt. Laufen noch Sprengfallen rum. Weniger Berserker konntest du nicht mehr mitgeben. Lass du mal da stehen. Das müssen die anderen beiden machen. Gott sei Dank. Nee, überhaupt nicht. Ihr dürft alle mitkommen. Kannst du falsch blitzen. Wie kann ich behilflich sein? Wie kann ich behilflich sein? Ich sehne den Kampf vorbei. Ich sehne den Kampf vorbei. Für Ardun. Ein Opfer, das erbracht werden muss, wenn da lauter Sprengfallen rumlaufen. Ich sehne den Kampf vorbei. Möge mich die Ehre leiten. Wie kann ich behilflich sein? Ich sehne den Kampf vorbei. Okay, euer Wunsch ist mein Befehl. Welcher Schlag braucht? Ja, Exekutor. So soll es sein. Natürlich. So soll es sein. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Wie kann ich behilflich sein? So soll es sein. Für atun. Da geht's aber schon mal nicht durch. Dass schon mal schlecht. Wie kann ich behilflich sein? Für ardu. Wie kann ich behilflich sein? Für atun. их猪 hat nichtossipott verữ 산. Ich will mir hier gewabeleiten. die schlangen die schlange die schlangen kannst du vielleicht ein paar schüttel nach hinten laufen das wäre sehr nett von dir sehr schön die jungs kann ich brauchen dann ist mal wieder ein schild aufbauen ist einfach nicht verkehrt du musst nur gucken ob sprengfallen da sind ja sprengfallen eben das waren aber bald wieder du bist schwach du darfst vorlaufen ja alle durchlaufen Ja, Exekutor. Erwarte Instruktionen. Auslos. Lock-T. Ebituner. Regine. Neuer Wunsch ist mein Befehl. Ebetrage. Ganz kaum noch erwarten. Los geht's. Jetzt geht's. Los, los, los. Wahnsinn. Los, los, los. Los geht's. Jetzt geht's. Was war das denn? Los geht's. Fuck. Wahnsinn. Los geht's. Wir sind eigentlich alle relativ gesund. Ja, Exekutor. Wir müssen hier weg. Ich glaube, da müssen wir mal blitzen in der Ecke. Schlange. Euer Wunsch ist mein Befehl. Natürlich. Ach du Scheiße, sind das viele. Oh, ne Schlange. Eine Schlange. Ne Schlange. Wie viel kommt denn da noch? Ja, aber jetzt war's das langsam, oder? Ein schwacher Marine. Der ist schwach. Wie viel kommt denn da noch? Wie viel kommt denn da noch? Worauf soll ich ballern, Sir? Wahnsinn. Los geht's. Los, los, los. Los geht's. Wahnsinn. Jetzt geht's rund. Los, los, los. Los geht's. Ey, ihr dürft alle schießen. Was ist denn da los? Na, sowas immer. Das darf ja keiner die Luft sprengen neben ihm. Das ist das, was gilt. Im Raum ist gar nichts. Das ist doch ein Witz, oder? Der Raum ist komplett leer. Alles gut an alle davor. Du musst ein paar Schritte nach vorne. Mal schauen, worauf wir überhaupt ballern. Der Gang, da war eine Sprengfalle. Mal sehen, was in dem Gang ist. Los, los, los. Wahnsinn. Ah, Raketen. Das ist schon mal schlecht. Ohne Sprengfalle. Ah ja. Gut zu wissen. Wir sind wieder fit. Überlegt die Wand. Du bist auch schwach. Sprengfalle killen. Los, 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 los. Wahnsinn. Los, los, los. Das ist unglaublich, ey. Komm, an da. Jetzt geht's rund. Los, los, los. Los geht's. Worauf soll ich ballern, Sir? Du bist so gut wie tot. Darfst du? Jetzt geht's rund. Wahnsinn. Jetzt geht's rund. Gut. Ja, Exekutor. Ich höre. So soll es sein. Du bist stark genug auch gegen Sprengfallen. Natürlich. So soll es sein. Natürlich. So soll es sein. Natürlich. Für Atom. Oh, 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 oh. Gut. Für Atom. Für Atom. Für Atom. Natürlich. Für Atom. Warten. Du hast keine Energie. Worauf soll ich ballern, Sir? Bis sie herlaufen und ihr auch mitkommen. Bis sie herlaufen und ihr auch mitkommen. Ja, Exekutor. Wart auf Befehl. Wart auf Befehl. So soll es sein. Natürlich. So soll es sein. Natürlich. Dann. Yep. Wie wird's sein. $1,000. Ja, Exekutor. shape. Olha. Los, los, los. Wart auf Befehle. Wortsalig ballern, Sir. So, kann man das? Ja, Exekutor. Lieber Traum. Commander. Euer Wunsch ist mein Befehl. Wir legen überall Tote Terraner rum. Guten Job gemacht. Ich höre, welche Schlagworte sind. Geh' los, Gorgor. Die lassen wir mal runterkommen, die kleinen Schlangis. Ich sehne den Kampf vergeile. Ich sehne den Kampf vergeile. Jetzt sollte es sicher sein, außer oben ist eine Sprengfalle. So soll es sein. Keine Sprengfalle, ja wunderbar. Und Verstärkung? Oh, naja. Worauf soll ich ballern, Sir? Oder muss ich hierher laufen? Ganz kaum noch einmal hier los. Da sollten jetzt keine Versteckten, da unten kann ich noch langlaufen. Das sieht noch in einer Sackgasse aus. Ja, 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 ja. Die dunklen Templer finden. Gar nicht so einfach. Kommandant, los, los, los. Mitfehle angeben. Wie kann ich behilflich sein? So soll es sein. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich höre. Oder warte Instruktionen. Lock die. Worauf soll ich ballern, Sir? Ich höre. Im Entenmarsch. Im Entenmarsch. So soll es sein. So viele Sprengfallen. Nur Sprengfallen, wohin man guckt. Das sieht sicher aus. Also vor. Wie kann ich behilflich sein? Kein Problem, der ist fit. Befehle angeben. Initialisieren. Komplett auf. Du honk. Hältst alle auf. Los geht's. So hat man das. Empfangen. Beginne. Bestätigt. Du kommst nicht durch. Alles klar, ich sehe ich schon. Du bewachst einfach die Treppe. Oh, oh, oh. Das sind viele. Das sind viele. Muss ich warten, bis die Sprengfalle da weg ist. Also müssen wir noch warten. Bisschen mehr Mana hätten sie mitgeben können. Durch Remissionen sind einfach immer Mist. Aber der muss da unten wohnen, Dick. Ich bin durch die Quere-Karte der Garant. Sieht man ja. Mit einer Schlange sollte man fertig werden. Ich bitte keinen Sprengfallen. Ich bitte keinen Sprengfallen. Ah, sehr gut. Ich bin durch die Sprengfalle. Bisschen mehr. Ich bin durch die Sprengfalle. Warte auf Befehle. Ich sehne den Kampf vorbei. Für Ardun. Möge mich die Ehre leiten. Ja. Ich höre. Ja, Exekutor. ja der groß können wir da hochgehen was machten der mann also böser laufen kann man 50 energie verbraucht für nichts ich mache sie fertig das wird und du hast mal gar nichts gemacht ich mache sie fertig das wird eine hübsche überraschung lehrer raum ich bin da ist mein befehl ich mache sie fertig ist verschlossen was macht ein dunkler tempel bei seiner menschlichen basis das möchte ich gerne mal wissen ja wir müssen da hoch steht schon mal fest ich mache sie fertig wenn ich wüsste wo sie sind gerne das wird eine hübsche überraschung ein herrliches fest du gehst als letztes rein die jungs hier zuerst die jungs auch darüber könnt ihr mal alle hin das ist ja wahnsinn ich sage mal danke zu den terrenern jetzt darf da drin natürlich kein sprengsoldat oder sowas stehen jetzt wäre es übel irgendwas braunes ist drin sieht man schon alle noch mal hier stellung beziehen die ecke hier in die ecke ein signalgeber sehr gut natürlich so soll es sein ich grüße euch dunkler bruder ich bin hergekommen um euch nach hause zu begleiten ich grüße euch mächtiger tasada ich wusste dass ihr uns nicht im stich lassen würdet denn während der zeit die ihr bei uns verbrachtet habt ihr unsere art und unsere methoden schätzen gelernt ich habe gelernt sowohl unsere dunkle macht als auch die macht eurer meister zu kanalisieren nur er allein habt eine ganze zeit gefunden die weit über das vermögen der kala hinausgeht doch ich fürchte dass die konklave in ihrem stolz es niemals über sich bringen würde verstoßene wie uns willkommen zu heißen auch wenn ihr verstoßene seid so ist es möglicherweise doch nur eurem weitblick und eurem mut zu verdanken wenn unsere heimatwelt vor dem sparen gerettet wird ich bitte euch zeratul kehrt mit uns nach ajur zurück auch wenn unser volk kleinlich ist und in seiner ignoranz eure art über generationen hinweg verteufelt hat helft mir unser volk zu retten in der langen zeit unserer verbannung haben wir niemals unsere verantwortung für ajur vergessen aber obwohl es uns sehr wehtun wird unsere heimat wiederzusehen werden wir mit euch zurückkehren tasada wir werden alles in unserer macht stehende tun so das war mission 6 einmal durchgerannt mit tasada um ein paar dunkle templar zu befreien die wahrscheinlich bis auf ein paar scanngeräte überhaupt nichts zu befürchten hätten aber sei es drum wir schauen uns noch den abspann an und dann klickt am besten einfach in mission 7 und freut euch einfach über einen weiteren feldzug der protoss gegen die zerg machts gut bis zum nächsten video ciao aah uh ARD Text im Auftrag von Funk